Willkommen im Aquacentrum, ich bin der Michi. Heute habe ich Aquastops für Euch. Bestimmt kennt Ihr einen Aquastop oder Leckagestopper von der Waschmaschine oder der Spülmaschine. Wenn nicht, ein Aquastop ist ein Bauteil, welches in die Zuleitung eines Gerätes eingebaut ist, damit, falls aus einem Leck Wasser austritt, kein weiteres Wasser nachfließt und somit ein verheerender Wasserschaden vermieden wird. Aquar- oder Leckagestopper gibt es in verschiedenen Ausführungen. Bei z.B. der Waschmaschine ist er oft direkt im Schlauch verbaut. Wenn kein Aquastop dran ist, kann man einen zusätzlich kaufen. Kaufst Du bei uns im Aquacentrum ein Gerät, dann bekommst Du einen passenden mechanischen 1,25 Zoll Aquastop gleich mit dazu. Da gibt es, wie Du siehst, verschiedene Ausführungen. Die Funktion ist hierbei dieselbe. Durch ein, wenn es mit Wasser in Berührung kommt, aufquellendes Etwas, das aussieht wie eine weiße Tablette, wird das Ventil geschlossen und die Wasserzufuhr stoppt. Diese Tablette wird in die Kammer des Aquastop gesetzt und dieser wieder verschlossen. Ich habe schon ein ausführliches Video zum Einbau eines Aquastop gemacht. Du findest den Link hier oben rechts oder in der Beschreibung. Ich zeig's Dir trotzdem nochmal kurz. Der Aquastop kommt an die tiefste Stelle meiner Installation, z.B. den Boden des Unterschrankes, in dem ich das Gerät installiert habe. Schrauben oder Kleben. Verbindung zwischen John Guest T-Stück und Aquastop herstellen. Flussrichtung, in, out beachten. Verbindung zwischen Aquastop und Gerät herstellen. Meine Erfahrung der häufigsten Ursache für das Auslösen des Aquastop ist übrigens ausgetretenes Wasser bei der Installation. Also immer Lappen und Eimer bereit halten. Man, jetzt habe ich mich erschreckt. So, das ist alles, was ich habe.